Vitamin B B So Nein, wir machen es so wie immer, konzentrieren Super-Kombo, konzentrieren Super-Kombo und wieder und wieder und wieder und wieder Der nervt langsam, ich mach gleich Schild Es ist zu früh, Leute, ich bin langsam Ich brauch schon wieder Energie, ey, das ist doch schlimm Jetzt reicht's mir mal kurz, Moment Jetzt geh ich erst mal kurz Schild, damit der mich hier abzieht, das nervt ja Ey, das ist so ein Arschloch Glaubt ihr das, Leute, das ist so ein Arschloch So ein Stück Scheiße Haha, Rache, los Schade Okay, Super-Kombo Ja, sehr einseitiger Kampf Corona, eine Feuer-Tage Wird jetzt das töten? Ich glaube nein Ich hoffe auch nein Ich hoffe auch nein Ah, es ist nervig Die kriegen keine volle Energie Ich glaube er ist tot Ich glaube er hat nur 2.000 oder so Oha Macht keinen Mist Oha Ja, natürlich Wie nett, wie nett Wir dürfen nichts machen, weil wir verwirrt sind Echt Ja, ey, wie fies ist das denn? Prüfer wir gesund Hör mal auf mit deinem Riss geschlagen, Mann Das ist gefährlich Hör mal auf mit deinem Riss geschlagen, Mann Das war ja Teil 4, ne? Das war ja Teil 4, ne? Verwirrt werden Knochen-Tanz Was? Null Hasada Du hast keine Chance Hör mal auf mit deinem Riss Ich weiß die nicht Ich weiß Quater Hör mal auf mit deinem Riss Was? Ist die nicht Knochen-Tanz Bösen Du hast einen Welsch Du hast Du hast Du hast Was? Du hast Tja, er wird leider sterben. Toot. Grüß'n Massenmörder. Okay, wir gehen jetzt zu Gott. Ja, Mann. Ich bin verwirrt. Du fandest ein Tier. So, das ist Figaro's Falles. Nein, ich verpecke. Figaro. Nein, das ist nicht Figaro. Tja, dein Leben ist gar nicht gut. Das heißt, so viel wie ihr verlebt nach jedem Kampf maximale Lebensenergie. Also das ist nichts, was man ausrüsten sollte, egal wie stark es ist. Vielleicht für den Endkampf, aber sonst nicht. Jetzt dürfen wir wieder Gott treffen mit Ga-La-La. Ich muss um 10 nach 1 weg sein. Geschwänzt. Gut, gut, gut. Jetzt können wir Gott treffen, oder was? Jäger, trifft Gott. Will er nicht. Dann gehen wir halt zu Dice. Wusspöckchen, springen. Ui! Und... Ui! Hier ist ja nichts. Doch, hier ist bestimmt was. Nein, hier ist ja nichts. Na toll. Ohhhh. Pekka, ich hatte deine Eltern. Oh, da wär die Truhe gewesen. Egal, die hol ich nicht. Das ist bestimmt nur Müll. Pekka ist niedlich. Pekka hat ne Schmolllippe. Möchte man gern mal zwischen die zwei Finger nehmen und reinkneifen. Ja. Da hat jeder schon mal gedacht. Da ist die nackte Frau schon wieder. Das ist Geis, wie wir schon wissen. Ja. Wir wollen hier schon mal weg. Wir wollen hier schon mal weg. Wir wollen die Kiefler, die kommt so rein. Ich sag, ich soll noch weiter schlafen, die Mie macht Gardinen auf. Hohlo hoch. Und sag, das kannst du doch noch. Und die Sonne schalten mir richtig ne Fresse, alter. Oh Leute, die ist nackt. Nary, gefällt dir das? Voll geowned Ja, guck mal schön weg Rügel ist rot geworden Oh Rü, nicht verlegen sein Hans Wurst, Idiot Igor ist bestimmt auch ein Profis Tja Wir können gar nicht hingucken Bis zum nächsten Mal